Wenn Sie zurückgekehrt sind, melden Sie sich bitte bei uns, um die Informationen so schnell wie möglich zu aktualisieren. Ganz offenbar lässt Florian Silbereisen seit der Trennung von Helene Fischer nichts anbrennen. Was eine Freundin jetzt verrät? Bei verschiedenen Auftritten wurde deutlich, wie gut sich Florian Silbereisen mit einer ganz bestimmten Frau versteht. Es handelt sich bei der Dame aber nicht um seine Ex-Freundin Helene Fischer, 35, sondern um Marina Marx, 29. Sie ist ebenfalls Sängerin und sieht Helene verdammt ähnlich. Seine neue ist sie deshalb aber noch lange nicht eher nur ein kleiner Flirt. Denn offenbar ist das Single-Leben des Club-3-Stars bekannt. Der traurige, verlassene Flory gehört der Vergangenheit an. Denn nun verrät eine Freundin Interessantes. Barbara Wassau, 58, mit der er regelmäßig für das Traumschiff vor der Kamera steht, erklärt im Interview, mit Florian kann man bis 4 Uhr nachts feiern und er steht morgens wieder um halb neun wie eine Eins vor der Kamera. Klingt ganz, als sei der Sänger in In-Sachen-Party ganz schön geübt. Und was macht man auf so einer Feier? Viele Bekanntschaften. Erst kürzlich verriet der Sänger sogar selbst, Flirten ist doch etwas Wunderbares. Ich habe nicht vor, ins Kloster zu gehen. Oh lala. Klingt ganz, als habe er Gefallen am Single-Dasein gefunden. Der Entertainer findet es offenbar gut, ganz unverbindlich den ein oder anderen Flirt eingehen zu können. Er möchte die Zeit für sich erst einmal genießen, appelliert sogar an seine Fans, Liebesbriefe. Nur her damit, die Frau fürs Leben möchte Florian natürlich irgendwann finden. Doch wenn er weiterhin so offen durchs Leben geht, läuft sie ihm sicher bald schon über den Weg. Danke fürs Zuschauen. Bitte schauen Sie sich das nächste Video an.